Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Der bekannteste Schweizer Käse, der Emmentaler, wird heute fast auf der ganzen Welt hergestellt. Seine Urheimat ist und bleibt aber das Land mit den lieblichen Hügeln, den Gräben und Ecken zwischen Burgdorf, Langenthal und Langnau, wo er in den vielen Genossenschaftskäsereien nach traditionellem Verfahren hergestellt wird. Auch aus der bekannten Schaukäserei in Affolterer kommt ein Teil des Emmentaler, den sie bei uns kaufen können, unter anderem der Bio-Emmentaler für GoB Naturaplan. Besucher können dort an Ort und Stelle zuschauen, wie die Milch erwärmt wird, das Lab beigefügt, den Bruch mit den Harfen geschnitten und der Emmentaler in die endgültige Form gepresst wird. Rund 1000 Liter Milch braucht es übrigens für einen stattlichen Leib-Emmentaler. Vielleicht machen sie selbst mal einen Abstecher in die Schaukäserei an Affolterer. Ein besonderes Erlebnis kann ich ihnen jetzt schon versichern. Alle Emmentaler werden diese Woche bei uns zum Aktionspreis verkauft. Logisch, dass es auch ein Rezept mit Emmentalern gibt. Armin? Richtig! Und zwar ein rassiger Rotkrautsalat, das das milde Aroma des Emmentaler perfekt ergänzt. Grüezi miteinander! Sie erwähnen jetzt gerade das milde Aroma. Für viele ist der Emmentaler ja etwas langweilig. Das muss aber nicht sein. Im Gegenteil, je nach Lagerung ist er auch rezent. Und wer schon einmal naturgereiften Emmentaler aus dem Felsenkeller probiert hat, ist sicher begeistert von diesem aussergewöhnlichen Geschmackserlebnis. Heute braucht es aber eher einen milden. Aus dem Grund, den Armin gerade angesprochen hat. Das Rotkraut fein hobeln und im Messingwasser zudeckt 3-4 Minuten ziehen lassen. Dann gut abtropfen lassen. Orangenfiletieren, Birnen im Stäbchen oder Blättchen, den Emmentaler in Würfel schneiden. Für die Salatsauce Senf mit Geienpfeffer, Salz und wenig Zimt, Johannisbeerkonfi mit dem Saft der Orangen, Essig und Öl vermischen. Dann das Rotkraut mit dem Orangenfilet, den Birnen und dem Käse vermischen. Pinienkernen und Soltaninen dazugeben und mindestens eine halbe Stunde ziehen lassen. Vor dem Anrichten den Salat mit restlichem Orangenfilet und Birren garnieren. Und mit der Focaccia aus Pizzateig nach einem Rezept aus der Kolbzeitung servieren. Und hier zur Erinnerung nochmal alle Zutaten, die wir für den Salat gebraucht haben. Wasser und Essig, Rotkraut, Orangen, Birnen, Emmentaler, Salz, Zimt, Geien und Senf, Johannisbeerkonfi, Orangensaft, Balsamico, Rotwiesig und Traubenkernöl, Pinienkernen und Soltaninen. Danke, Armin. Auch an diesem Beispiel sieht man, wie vielseitig der Emmentaler eigentlich ist. Wie schon am Anfang erwähnt, sind bei uns jetzt alle Sorten Emmentaler günstiger. Im Offenverkauf als praktische Portionen abhackt und auch der Coop Naturaplan Emmentaler aus gesunder Biomilch. Nicht nur Emmentaler, auch andere Produkte, die Sie sicher gut brauchen können, offerieren wir Ihnen diese Woche zum Aktionspreis. Navels Orange aus Spanien im Netz kostet 2,40 €. Und das Nesquik Knusperfrühstück kommen Sie im Duopack 2,50 Franken günstiger rüber. Und mit der Coop Profit Karte gibt es Jubilor Classico Bohnenkaffee ebenfalls im Duopack zum halben Preis. Sie wissen ja, Coop Profit Plus vorzeigen, sofort profitieren. Das wäre es für heute aus dem Coop Studio. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen. 기 cidade. Alles zurzeit rejoice. Leute Dedôle sch nein, sie träumen nach voll. NYCOL zu fern. Essen war. ynch